Kapitel 1 Yannick nimmt den Ball, legt ihn auf die Wiese, geht ein paar Meter zurück, läuft los und... Oh Mann, viel zu weit, schimpft er. Der Ball fliegt und fliegt, zuerst über Max, dann über die Autos und dann in einen Garten auf der anderen Straßenseite. Holst du ihn, ruft Yannick, dann geht's schneller. Immer ich, denkt Max, aber dann läuft er doch über die Straße. An der Gartentür bleibt er stehen. Soll er einfach reingehen? Der Garten sieht schlimm aus, denkt er. Und das Haus? Alt, grau, hässlich. Fast alle Fenster sind kaputt. Nein, hier wohnt sicher schon lange keiner mehr. Hier muss man nicht klingeln. Die Gartentür ist abgeschlossen. Max sieht nach links, nach rechts und steigt dann über die Tür. Yannick ist doch wirklich ein fauler Hund, denkt er und bleibt stehen. Dieses Haus sieht komisch aus. Die kaputten Fenster, der Müll auf dem Boden, das gefällt mir gar nicht. Hoffentlich ist hier wirklich niemand. Am liebsten möchte er ganz schnell weg aus diesem Garten. Zurück auf die schöne Wiese drüben im Park. Aber wo ist der Ball? Max kann Yannick schon hören. War ja klar, Mann. Alles muss man selbst machen. Immer meint er, dass er der Chef ist. Nur, weil er fünf Monate älter ist, denkt Max. Dieser blöde Ball. Er kann doch nicht einfach weg sein, oder? Natürlich ist der Ball nicht weg. Er liegt vor der Haustür, ein Stückchen unter der Treppe. Deshalb konnte Max ihn nicht gleich sehen. Jetzt läuft er hin, nimmt ihn und will schon zurücklaufen. Da sieht er noch etwas anderes unter der Treppe liegen. Eine weiße Plastiktüte. Ist da was drin? Max nimmt die Tüte und fühlt sofort, dass sie nicht leer ist. Plötzlich hört er etwas. Es ist ganz in seiner Nähe. Er bekommt Angst. Da ist jemand, denkt er und läuft los, den Ball in der einen Hand, die Plastiktüte in der anderen. Sein Herz klopft. Schnell steigt er über den Zaun. Erst draußen auf dem Fußweg bleibt er stehen und sieht zum Haus zurück. Neben der Tür sitzt jetzt eine kleine schwarze Katze und putzt ihr Köpfchen. Gut, dass Janik mich jetzt nicht gesehen hat, denkt er. Na? Hört er Janik jetzt rufen. Hast du ihn? Was denkst du denn? Ruft Max zurück und geht über die Straße. Was hast du da noch? Fragt Janik und zeigt auf die Plastiktüte. Das hab ich gefunden, bei dem Haus da drüben. Was ist da drin? Fragt Janik weiter. Keine Ahnung, sagt Max und holt ein Päckchen aus der Tüte. Was meinst du? Sollen wir es aufmachen? Na klar, meint Janik. Aber es gehört uns nicht. Doch, wir haben es ja gefunden. Ich habe es gefunden, sagt Max. Ist doch egal. Los, mach schon auf. Vorsichtig öffnet Max das Päckchen. Janik sieht neugierig zu. Da ist sicher was Tolles drin, sagt er. Meinst du wirklich? Freut sich Max. Na sicher. Vielleicht sogar Geld. Jetzt ist das Päckchen offen. Zwischen Zeitungspapier liegt eine schmutzige, weiß-gelbe Statue. Etwa so groß wie eine Banane. Boah, hässlich, sagt Janik. Stimmt, antwortet Max. Da, willst du sie haben? Fragt er. Nein, Mann, ruft Janik. Oder warte mal. Ich könnte sie meiner Tante schenken. Die sammelt so komische alte Sachen. Na los, gib schon her. Kapitel 2 Wann kommt Mama denn endlich? Max sitzt neben seinem Vater in der großen Ankunftshalle am Flughafen. Der Vater sieht von seiner Zeitung hoch auf den Monitor. Das Flugzeug hat Verspätung, sagt er. Eine halbe Stunde müssen wir noch warten. Puh, sagt Max. Er spielt mit seinem Ohr. Dann mit seiner Zahnspange. Dann buchstabiert er das Wort Automechaniker von hinten. Re-Ki-Na-C-Mu-T-U-A Re-Ki-Na-C-Mu-T-U-A Sein Vater muss lachen. Er legt die Zeitung weg und holt seine Geldbörse aus der Tasche. Dir ist langweilig, hm? Da hast du fünf Euro. Geh und hol dir ein Eis. Danke, Papa. Drei Euro siebzig Cent, denkt Max und packt sein Eis aus. Verrückt, wie teuer hier alles ist auf dem Flughafen. Er wirft das Papier in einen Abfalleimer und steckt dann das Eis in den Mund. Na ja, wenigstens schmeckt es. Langsam geht er zurück, isst das Eis und sieht dabei die vielen bunten Werbeplakate an. Jeans, Schuhe, Brillen, Getränke und Elefanten? Das ist aber kein normales Werbeplakat, oder? Was steht denn da über diesem großen Foto? Max geht näher hin. Willst du wirklich, dass ich sterbe? Der Elefant auf dem Bild sieht stark und intelligent aus. Er hat große Ohren, lange Zähne und kleine dunkle Augen. Willst du wirklich, dass ich sterbe? Was für eine komische Frage, denkt Max. Natürlich will ich das nicht. Wer will sowas schon? Dann liest er den Text neben dem Foto. Hallo, ich heiße Bongo und ich habe ein großes Problem. Meine Stoßzähne sind aus Elfenbein. Elfenbein ist sehr wertvoll. 20.000 Elefanten sterben jedes Jahr, weil so viele Menschen Souvenirs aus Elfenbein kaufen. Bitte hilf uns Elefanten. Kauf nichts aus Elfenbein, okay? Unter dem großen Bild ist noch ein kleineres. Darauf sieht man verschiedene Sachen aus Elfenbein. Schmuckstücke, Spiele und Statuen. Daneben steht, Achtung! Der Kauf und Verkauf von Elfenbein ist verboten. Mehr Informationen bekommen Sie unter www.rettetdieelefanten.org Max sieht jetzt das kleine Foto genauer an. Plötzlich wird ihm heiß. Das gibt's doch nicht, denkt er. Diese Statue da sieht fast so aus wie unsere aus der Plastiktüte. Ist die vielleicht auch aus Elfenbein? Warum macht man Schmuck aus Elefantenzähnen, Papa? Will Max wissen. Sein Vater legt die Zeitung weg. Naja, Elfenbein ist ein sehr schönes Material, antwortet er. Es ist wertvoll und man kann viele Dinge draus machen. Warum willst du das wissen? Max erzählt von dem Plakat. 20.000 tote Elefanten! 20.000! Jedes Jahr! Ja, schrecklich! Aber es ist doch verboten! Drogen sind auch verboten und trotzdem kann man sie überall bekommen. Für schnelles Geld tun manche Leute auch gern mal verbotene Dinge. Und Elfenbein bringt viel Geld. Also töten sie Elefanten und schmuggeln die Sachen aus Elfenbein in alle Länder. Warum tut man denn nichts gegen diese Schmuggler? Will Max wissen. Die Polizei macht ja Kontrollen in Flughäfen und Häfen. Aber sie kann natürlich nicht in jedes Gepäckstück und in jeden Container sehen. Und wenn einfach keiner mehr Dinge aus Elfenbein kauft? Wenn alle mitmachen, dann verdienen die Schmuggler kein Geld mehr. Vergiss es, Max. So sind die Menschen nicht. Warum denn nicht? Man muss doch nur... Glaub mir, man kann nicht viel tun. Wenn du älter bist und mehr von der Welt gesehen hast, dann verstehst du das auch. Max' Vater sieht auf den Monitor. Noch zehn Minuten, sagt er. Dann nimmt er seine Zeitung und liest weiter. Max steht auf und geht ein paar Schritte. Man kann schon was tun, denkt er und holt sein Handy aus der Tasche. Ich kann zum Beispiel unsere Statue untersuchen. Wenn sie wirklich aus Elfenbein ist, dann muss ich was tun. Dreimal ruft er Yannick an. Aber Yannick geht nicht ans Telefon. Kapitel 3 Hey, Max, sagt Yannick. Was ist los? Warum siehst du so sauer aus? Und du? Warum gehst du nicht ans Telefon? Warum muss ich hier an deiner Haustür fünf Minuten lang klingeln, bis du endlich aufmachst? Was hast du gesagt? Mach den MP3-Player aus, ruft Max sauer. Yannick grinst und nimmt die Hörer aus seinen Ohren. Cool bleiben, ja? Alles ist gut, Mann. Max geht an ihm vorbei in Yannicks Zimmer. Gar nichts ist gut, sagt er. Los, gib mir die Statue. Hä? Äh, warum denn? Weil ich was kontrollieren muss. Yannick öffnet seinen Schrank und holt die weiße Plastiktüte heraus. Max schaltet Yannicks Schreibtischlampe an, nimmt die Statue aus der Tüte, packt sie aus dem Zeitungspapier und legt sie auf den Tisch. Er sieht die Statue an und fährt mit der Hand über sie. Was machst du denn da? Will Yannick wissen. Frag nicht. Mach den Computer an und geh auf www.rettetdieelefanten.org. Das Foto auf der Internetseite ist schrecklich. Ein großer und ein kleiner Elefant liegen auf dem Boden. Beide sind tot. Elfenbeinschmuggler wollten die Stoßzähne der Mutter haben. Deshalb musste auch das Baby sterben. Sieh dir das an, sagt Max. Schrecklich, antwortet Yannick. Aber warum wolltest du die Statue haben? Warte, sagt Max und klickt auf einen Button. Nun kommt das Foto mit den verschiedenen Sachen aus Elfenbein. Verstehst du es jetzt? Fragt er und zeigt auf eine Statue am rechten Bildrand. Sieht sie nicht genauso aus wie unsere? Na ja, antwortet Yannick. Sagen wir mal, fast genauso. Er nimmt die Maus und klickt die Statue auf dem Monitor an. Das Bild wird größer und man sieht jetzt deutlich, dass die Statuen nicht genau gleich sind. Sie sind gleich groß, meint Yannick. Aber die Statue auf dem Foto sieht afrikanisch aus. Unsere könnte aus Indien kommen. Das ist doch egal, sagt Max. Elefanten gibt es in Afrika und in Indien. Ach so. Du meinst also, unsere Statue ist auch aus Elfenbein? Ganz sicher, sagt Max und nimmt die Statue in die Hand. Sieh mal, die Farbe stimmt genau. Hey, cool. Dann ist das Ding ja ziemlich wertvoll, oder? Cool? Max klickt zurück zu dem Foto mit den beiden toten Elefanten. Findest du das etwa cool? Natürlich nicht, meint Yannick. Aber tot ist tot. Dagegen können wir jetzt auch nichts mehr tun, oder? Max antwortet nicht auf Yannicks Frage. Weißt du, was ich glaube? Sagt er. Dieses alte Haus am Park ist vielleicht ein Treffpunkt von Elfenbeinschmugglern. Ach komm, Max. Was sollen Elfenbeinschmuggler in einem alten Haus mit kaputten Fenstern tun? Schmuggelware verstecken, zum Beispiel. So ein Quatsch. Das finde ich nicht, sagt Max. So müssen sie die Schmuggelware nicht zu Hause haben. Wenn sie was verkaufen wollen, gehen sie zu dem alten Haus und holen es einfach. Ach komm, du siehst zu viele schlechte Krimis, sagt Yannick und nimmt die Statue in die Hand. Jetzt sage ich dir mal meine Meinung. Diese Statue hier kommt sicher nicht von Schmugglern. Jemand hat sie von einer Urlaubsreise aus Asien mitgebracht. Später ist er aus dem alten Haus ausgezogen und dabei hat er die Statue vergessen oder verloren. Sicher hat die Tüte schon ein paar Jahre lang vor der Haustür gelegen, bis du sie gefunden hast. Meinst du? Klar, ich kann ja verstehen, dass du was gegen diese Elefantenkiller tun willst. Aber so einfach ist das nicht. Wahrscheinlich hat Yannick recht, denkt Max. Meine Geschichte klingt schon ziemlich verrückt. Er nimmt Yannick die Statue aus der Hand und packt sie langsam in das Zeitungspapier. Aber plötzlich stoppt er, packt die Statue wieder aus und gibt Yannick die Zeitungsseite. Was soll das denn jetzt wieder? fragt Yannick. Ein paar Jahre lang vor der Haustür, sagt Max. Schau doch mal, von wann diese Zeitung ist. Oben auf der Seite liest Yannick das Datum. Die Zeitung ist von vorgestern. Kapitel 4 Kein Mensch ist auf der Straße. Vom Park her kommt kühle Luft. Eine Katze miaut. In dem Garten ist es jetzt so dunkel, dass Max und Yannick das alte Haus vom Gehweg aus fast nicht sehen können. Ich verstehe dich nicht, sagt Yannick. Deine Eltern sind auf einem Fest und kommen erst spät nachts zurück. Meine Eltern sind bei Freunden und haben erlaubt, dass ich heute bei dir übernachte. Wir haben zwei Packungen Chips, drei Liter Cola und ein paar tolle DVDs. Also, was machen wir hier? Max antwortet nicht auf Yannicks Frage. Hast du die Taschenlampe? sagt er. Ich habe sogar neue Batterien reingetan, antwortet Yannick. Okay, gib her. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, sagt Yannick. Was wollen wir hier? Ganz einfach, sagt Max leise. Wir steigen jetzt beide über die Gartentür. Du bleibst hier vorn im Garten und passt auf, dass niemand kommt. Ich gehe ins Haus und sehe es mir ganz kurz von innen an. Und dann? Dann gehen wir nach Hause und machen uns einen schönen, ruhigen Filmabend. Und wie willst du reinkommen ohne Hausschlüssel? Durch die Tür. Vielleicht ist sie ja offen. Und wenn nicht? Dann durchs Fenster. Die Fenster sind fast alle kaputt. Mach dir keine Sorgen. Ich schaffe das schon. Okay, sagt Yannick. Bringen wir die Sache hinter uns. Max und Yannick steigen über die Gartentür. Hey, halt! ruft eine Männerstimme. Was macht ihr denn da? Die beiden Jungs bleiben stehen. Vom Park her kommt jemand über die Straße. Sie können ihn aber noch nicht richtig erkennen. Was jetzt? fragt Max leise. Keine Ahnung, antwortet Yannick. Ich glaube, es ist ein Polizist. Lass mich mit ihm reden, sagt Max. Noch ein paar schnelle Schritte und ein großer Mann in Polizeiuniform ist bei ihnen. Was macht ihr in dem Garten? Was macht ihr in dem Garten? fragt er streng. Nichts, sagt Max. Wir suchen nur unseren Fußball. Um diese Zeit? Er sieht die Jungen genau an. Wie alt seid ihr eigentlich? Dreizehn, sagt Yannick. Fast dreizehn, sagt Max. Und eure Eltern? Wissen die, wo ihr seid? Max sieht auf seine Uhr. Was? Schon nach zehn Uhr? Oh je, das gibt Stress. Na, dann aber los jetzt, sagt der Polizist etwas freundlicher. Er hilft Max und Yannick über die Gartentür. Ab nach Hause, ihr zwei! Er wartet, bis die Jungs weg sind. Dann geht er auch weiter. Zwei Minuten später steigen Max und Yannick wieder über die Gartentür. Ich verstehe dich nicht, schimpft Yannick. Sonst machst du dir dauernd in die Hose. Und jetzt? Halt die Klappe, antwortet Max. Ist dir vielleicht egal, was mit den armen Elefanten passiert? Nein, aber... Na also, sagt Max. Ich möchte nur eins wissen. Gibt's in dem Haus noch mehr Sachen aus Elfenbein oder nicht? Bleib jetzt bitte hier und halt deine Augen und Ohren offen. Ich bin gleich wieder zurück. Vorsichtig geht er zu dem Haus. Zuerst versucht er es an der Tür. Sie ist leider zu. Dann durchs Fenster, sagt er leise zu sich. Doch hinter der kaputten Glasscheibe findet er ein starkes Gitter aus Metall. Na nun, denkt er, warum denn innen und nicht außen? Auch hinter dem nächsten Fenster ist ein Gitter. Max geht weiter um das ganze Haus. Alle Fenster sind von innen vergittert. Er macht die Taschenlampe an und sieht in die Räume hinein. Sie sind nicht aufgeräumt. Überall liegt Müll herum. Es gibt eine Küche, ein Wohnzimmer mit einem Schrank, einem Tisch und vier Stühlen und ein Schlafzimmer mit zwei Betten. Warum diese Metallgitter, denkt er. In diesem Moment fühlt er eine Hand auf seinem Arm. Er macht, aber sofort hält ihm eine zweite Hand den Mund zu. Psst, hört er Yannick sagen. Max' Herz klopft ganz schnell. Bist du verrückt, fragt Max. Was ist denn los? Leise, da kommt jemand. Kapitel 5 Max und Yannick stehen hinter einem dicken Baum. Vorn am Gehweg hören sie einen Schlüssel im Schloss. Die Gartentür geht auf und wieder zu. Jemand geht ein paar Meter auf dem Gartenweg und macht dann eine Taschenlampe an. Nun kann man die Person gut sehen. Es ist ein Mann, mittelgroß mit einem dunklen Mantel. Kurz vor der Haustür bleibt er stehen. Was macht er jetzt? Will er nicht ins Haus gehen? Nein, er sucht etwas unter der Treppe. Die beiden Jungs hören ihn leise schimpfen. Er holt etwas aus seiner Manteltasche. Er holt etwas aus seiner Manteltasche. Schnell merken Yannick und Max, dass es ein Handy ist und dass er eine Nummer wählt. Hallo Uwe, hier Sven. Sag mal, wo soll die Tüte sein? Unter der Treppe? Aber da ist sie nicht. Sicher nicht. Ich stehe doch direkt davor. Warum hast du sie denn nicht ins Haus getan? Gut, okay. Ich warte hier auf dich. Der Mann steckt das Handy zurück. So ein Idiot, schimpft er. Dann holt er einen Schlüssel aus der Tasche, öffnet die Tür und geht ins Haus. Genau dort unter der Treppe habe ich die Tüte gefunden, sagt Max leise in Yannicks Ohr. Unglaublich, meint Yannick, wie in einem Gangsterfilm. Was sollen wir jetzt tun? Ich gehe mal kurz hin und schaue durchs Fenster, antwortet Max. Bist du verrückt, meint Yannick. Das ist viel zu gefährlich. Holen wir lieber die Polizei. Und wenn gerade keine Schmuggelware im Haus ist, sagt Max, dann kann die Polizei gar nichts tun und diese Typen suchen sich in aller Ruhe einen neuen Treffpunkt. Meinst du? Ja, sicher. Also, geh jetzt bitte zur Gartentür und pass auf. Wir wissen ja nicht, wann dieser Uwe kommt. Ich schaue nur mal ganz kurz durch ein Fenster in das Haus rein und komme dann gleich zu dir. Wenn es dort drin wirklich noch mehr Elfenbein gibt, rufen wir sofort die Polizei. Na gut, sagt Yannick. Leise geht Max zum ersten Fenster. Der Raum dahinter ist dunkel und ruhig. Im nächsten Fenster sieht Max ein schwaches Licht. Vorsichtig schaut er in das Zimmer hinein. Auf dem Tisch steht eine kleine Öllampe. Der Mann, Sven, sitzt auf einem Stuhl und liest Zeitung. Max sieht alles, nur kein einziges Stück Elfenbein. Plötzlich hört er Yannick laut rufen. Ah, nein! Auch Sven hat es gehört und steht so schnell auf, dass sein Stuhl umfällt. Max läuft los in Richtung Straße. Hinter sich hört er Sven aus dem Haus kommen. Max hat Angst. Er läuft so schnell er kann. Wo ist Yannick? Was ist mit ihm? Warum hat er so laut gerufen? Schnell steigt Max über die Gartentür und dreht sich um. Aber hinter ihm ist niemand. Sven ist ihm nicht nachgelaufen. Plötzlich packt ihn eine starke Männerhand am Arm. Ah, nein! ruft Max. Nummer zwei, sagt der Polizist und sieht ziemlich sauer aus dabei. Kapitel 6 Die Ampel zeigt rot. Das Polizeiauto hält. Die Uhr über dem Autoradio zeigt 22.55 Uhr. Fußball, meint der Polizeibeamte. Fußball, Plastiktüte, Statue, Zeitungspapier, Metallgitter und www.rettetdieelefanten.org. Genau, sagt Max. Und Elfenbeinschmuggler. Und Elfenbeinschmuggler, sagt der Beamte. Die Ampel zeigt grün. Das Auto fährt weiter. Der eine heißt Sven, sagt Max. Und der andere Uwe, ich weiß. Und ich heiße Alois Bernheimer. Sonst noch was? Genügt das nicht, fragt Max. Wir müssen nur zu dem alten Haus zurückfahren und dort warten, bis die Schmuggler wiederkommen. Das tun wir aber nicht, sagt Herr Bernheimer. Ich bringe euch jetzt nach Hause und rede mal ein paar Worte mit euren Eltern. Wenig später hält das Polizeiauto vor Yannicks Haus. Hier wohnst du also, Yannick? Und du, Max? fragt Herr Bernheimer. Gleich da drüben, auf der anderen Straßenseite. Herr Bernheimer öffnet die Fahrertür und steigt aus. Na schön, dann wollen wir mal. Moment noch, sagt Max. Yannicks Eltern sind nicht zu Hause. Sie besuchen Freunde und kommen erst morgen Mittag wieder zurück. Yannick schläft heute Nacht bei mir. Na gut, dann gehen wir eben zu deinen Eltern, sagt Herr Bernheimer und öffnet die hintere Tür. Los jetzt, steigt aus. Tja, seine Eltern sind auch nicht zu Hause, sagt Yannick. Sie sind auf einem Fest und kommen erst spät in der Nacht zurück? Herr Bernheimer macht ein komisches Gesicht. Es sieht aus wie... Ich weiß nicht, soll ich das jetzt lustig finden oder soll ich mich ärgern? Und jetzt? fragt er. Jetzt gehen wir zu Yannick, schlägt Max vor. Dort zeigen wir ihnen die Statue. Dann werden sie selbst sehen, dass die Geschichte wahr ist. Na schön, sagt Herr Bernheimer. In Yannicks Zimmer läuft der Computer. Max öffnet bei www.rettetdieelefanten.org die Seite mit den Gegenständen aus Elfenbein und Yannick holt die Statue aus der Plastiktüte. Sehen Sie, sagt Max, die da auf dem Bild ist aus Afrika. Unsere ist aus Asien. Aber klar ist, beide sind aus Elfenbein. Herr Bernheimer nimmt die Statue in die Hand. Plötzlich ist er nicht mehr so sicher. Ist die Geschichte der beiden Jungs vielleicht doch nicht so verrückt und fantastisch? Er sieht die Statue sehr genau an. Zuerst die Vorderseite, dann die Rückseite. Dann muss er laut lachen. Max ärgert sich. Warum lachen Sie denn? Finden Sie es wirklich so lustig, wenn Elefanten für Geld sterben müssen? Oh nein, lacht Herr Bernheimer. Aber seht doch mal hier! Er zeigt Jannik und Max ein paar sehr kleine Buchstaben auf der Rückseite der Statue. Made in Thailand, liest Jannik laut vor. Tja, Jungs, es sieht aus wie Elfenbein, aber es ist nur Plastik. Ein billiges Souvenir aus einem Asienurlaub. Max und Jannik sehen sich an. Oh Mann, sagen Janniks Augen. Das ist mal wieder typisch Max. Keine Elefanten, kein Elfenbein, nur Ärger mit der Polizei und wahrscheinlich auch noch Stress mit den Eltern. Herr Bernheimer steht auf und geht zur Tür. Dort dreht er sich noch einmal um. Ich gehe jetzt und ihr bleibt schön zu Hause, verstanden? Ja, machen wir, sagt Jannik. Und unsere Eltern? Die rufe ich morgen Nachmittag an. Muss das sein? Können sie es nicht einfach vergessen? Bittet Jannik. Es geht nicht, dass ihr nach 10 Uhr noch auf der Straße seid und dass ihr einfach in fremde Gärten geht. Eure Eltern müssen besser auf euch aufpassen. Kopf hoch! Es wird schon nicht so schlimm. Sie kennen meinen Vater nicht, ruft Jannik ihm nach. Aber Herr Bernheimer hört es nicht mehr. Kapitel 7 Oh Mann, das gibt Ärger, sagt Jannik sauer. Ich höre meinen Vater schon. 14 Tage Hausarrest plus 14 Tage Computerverbot. Tja, meine Eltern sind bestimmt auch nicht glücklich, sagt Max. Jannik sieht ihn böse an. Du und deine Kleinkinderideen, schimpft er. Wie bitte? Mit deinen blöden Elefanten hast du unseren ganzen DVD-Abend kaputt gemacht. Warum ich? sagt Max. Du hast doch auch mitgemacht. Ja, leider, gibt Jannik zurück. Leider habe ich dir geglaubt. Da kann man mal sehen, was passiert, wenn man auf dich hört. Na gut, es war kein Elfenbein, sagt Max. Aber diese Tüte vor der Haustür und dieser komische Sven mit seiner Taschenlampe und diese Gitter hinter den Fenstern, das ist doch... Gar nichts ist das, ruft Jannik. Das sind alles nur dumme Kleinkinderideen von unserem kleinen Babymäxchen. Jetzt hat Max genug. Nenn mich nicht klein, sagt er. Ich bin nur fünf Monate jünger und zwei Zentimeter kleiner als du. Und wir gehen beide in dieselbe Klasse. Das kann ich auch nicht verstehen, sagt Jannik. Denn eigentlich bist du noch viel zu dumm. Das nimmst du sofort zurück, oder? Na, stimmt es vielleicht nicht? Du kannst ja noch nicht mal lesen. Ich sage nur, made in Thailand. Du musst reden. Du hattest die Statue sogar bei dir im Zimmer. Hast du die Schrift vielleicht gesehen? Na also. Ich wollte das blöde Ding ja nur meiner Tante schenken. Wer musste aus der Sache einen Krimi machen? Du doch, oder? Max hat jetzt einen roten Kopf. Er ist richtig sauer. Immer musst du recht haben, ruft er. Immer willst du der Tolle sein. Mann, das geht mir so auf die Nerven. Na schön, dann hau doch ab, ruft Jannik genauso sauer wie Max. Max sagt kein Wort mehr und geht aus Janniks Zimmer. Sekunden später fällt draußen die Haustür zu. Rums. Jannik nimmt die Statue in die Hand. Blödes Plastikding, ruft er. Dann fliegt die Figur gegen den Schrank. Rums. Dabei geht sie kaputt. Auf dem Teppich liegen drei Plastikteile und ein Tütchen mit weißem Pulver. Kapitel 8 Die drei Flaschen Cola und die zwei Chipstüten stehen auf dem Tisch. Aber Max hat keinen Hunger und keinen Durst. Er macht den DVD-Player an und nimmt die vier DVDs in die Hand. Er ist noch immer sauer auf Jannik. Er weiß nicht mal, welchen Film er jetzt sehen möchte. Da klingelt das Telefon. Ja, hallo Max. Es ist Jannik. Was willst du? Ich hab gerade deine Statue kaputt gemacht. Mir doch egal. Rate mal, was da drin war. Interessiert mich nicht. Ein Päckchen mit weißem Pulver. Na und? Ich glaube, dass es Rauschgift ist. Wahrscheinlich Kokain oder Heroin. Max sagt nichts. Hey Max, bist du noch dran? Mhm. Wir müssen noch mal zu dem Haus gehen. Wenn diese Typen noch da sind, holen wir die Bullen. Und dann? Und dann? Ha, ha, ha. Ist es wahrscheinlich Zucker und kein Kokain. Nein, hör doch zu. Wenn Sven und Uwe wirklich Drogenhändler sind, ist die Polizei glücklich und der Bernheimer redet vielleicht doch nicht mit unseren Eltern. Kleinkinderidee. Komm doch mit, Max. Keine Chance. Na, ich hab's mir ja schon gedacht. Du hast Schiss. Das ist alles. Denk doch, was du willst, sagt Max und beendet das Gespräch. Eine halbe Minute später bekommt er eine SMS. Was will er denn jetzt noch? Denkt er. Aber die SMS ist von seiner Mutter. Wir kommen spät. Geht's euch gut? Ja, Mama. Alles okay, antwortet Max. Kapitel 9 Janik steht im Park. Vorsichtig schaut er nach links und nach rechts. Er möchte nicht schon wieder einem Polizisten in die Arme laufen. Zum Glück ist alles ruhig. Schnell läuft er über die Straße. In dem dunklen Garten kann man ihn jetzt nicht mehr so leicht sehen. Vorsichtig geht er zu dem alten Haus. In einem Zimmer sieht er Licht. Langsam, sehr langsam geht er zum Fenster und sieht hinein. Sven und ein anderer Mann sitzen am Tisch. Vor ihnen steht eine kleine Öllampe. Dieser andere Typ, das ist sicher Uwe, denkt Janik. Sven hat vor sich auf dem Tisch eine große Tüte mit weißem Pulver. Mit einem Löffel verteilt er das Pulver in kleinere Tüten. Bei dem anderen Mann liegen etwa 20 Statuen. Sie sehen genauso aus wie die von Max und Janik, nur sind sie unten offen. Der Mann nimmt eine der kleinen Tüten, steckt sie in eine Statue und klebt die Statue dann zu. Weißt du, was ich nicht verstehe? Sagt Sven. Warum hast du die Plastiktüte nicht ins Haus getan, Uwe? Warum hast du sie unter die Treppe gelegt? Ich hatte den Schlüssel vergessen. Wollte den Stoff nicht mehr bei mir haben. Du weißt ja, ich hab mal wieder Probleme damit. Du nimmst zur Zeit ziemlich viel davon, stimmt's? Durch die kaputte Fensterscheibe kann Janik das Gespräch gut mithören. Ich konnte ja nicht wissen, redet Uwe weiter, dass jemand in den Garten kommt und eine alte Plastiktüte mitnimmt. Wer macht denn sowas? Keine Ahnung. Kinder vielleicht. Naja, und wenn schon, meint Uwe. Dann haben sie eben die Statue. Sie wissen ja nicht, was drin ist. So etwas darf trotzdem nicht passieren. Hast ja recht, Sven. Ich habe den Schlüssel jetzt auch immer dabei. Wie gut, dass wir dieses alte Haus haben. Und deine Idee mit den Gittern, die war prima. Ja, ja, schon gut. Jetzt mach aber endlich, Uwe. Wir müssen fertig werden. Janik kann gar nicht glauben, was er da sieht und hört. Schnell holt er sein Handy aus dem Rucksack und macht ein Foto von dem Tisch und den beiden Männern. Dann setzt er sich auf die Eingangstreppe und schickt das Foto an Max. Na, Max, denkt er. Wer hatte wieder recht? Gleich hast du die Antwort auf deinem Handy. Jannik fühlt sich ziemlich gut in diesem Moment. Jetzt muss er nur noch die Polizei anrufen und dann... Plötzlich fühlt Jannik, dass jemand hinter ihm ist. Eine Sekunde später ist ein Messer an seinem Hals. Jannik lässt sein Handy fallen. Kapitel 10 Max liegt auf seinem Bett. Der Film ist so langweilig. Nein, er ist eigentlich nicht langweilig. Nur, Max wollte den Film so gern zusammen mit Jannik sehen. Aber jetzt ist er allein. Er ärgert sich, dass sie sich gestritten haben. Was Jannik wohl gerade macht? Sitzt er in seinem Zimmer und ärgert sich auch? Oder ist er wirklich noch mal zu dem alten Haus gefahren? Und wenn er wieder Herrn Bernheimer trifft? Was für Gesichter die beiden dann wohl machen? Max muss lachen. Das Handy klingelt. Hey, was kommt denn da? Ein Foto? Von Jannik? Zwei Männer sitzen an einem Tisch. Zwei Männer? Und was machen die da? Max braucht ein paar Sekunden, bis er es versteht. Und dann wird ihm plötzlich ganz heiß. Jannik hat also recht gehabt. Diese Typen sind wirklich Drogendealer. Aber dann sind sie sicher sehr gefährlich. Max kann nicht mehr ruhig auf dem Bett liegen. Er schaltet den DVD-Player aus und ruft Janniks Handy an. Nichts. Er ruft in Janniks Wohnung an. Auch nichts. Schnell zieht Max seine Schuhe an. Dann läuft er hinunter, holt sein Rad aus der Garage und fährt los. Kapitel 11 Jannik sitzt auf einem Stuhl. Seine Hände und Füße sind gefesselt und über dem Mund hat er ein Stück Klebeband. Hinter ihm steht Uwe mit dem Messer. Neben ihm holt Sven gerade die zerbrochene Statue und das Päckchen mit dem weißen Pulver aus Janniks Rucksack. Schau mal hier, sagt Sven zu Uwe. Was hast du vorhin gesagt? Die Kinder wissen nicht, was in der Statue ist. Na, was sagst du jetzt? Uwe gibt keine Antwort. Er hält Jannik das Messer wieder an den Hals. Jetzt hör mal gut zu, Kleiner. Jannik kann vor Angst nicht richtig denken. Ich will eine klare Antwort von dir hören. Hast du mich verstanden? Ja, 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 macht Janniks Kopf. Und das soll heißen, ich tue alles, was sie wollen. Uwe nimmt mit der freien Hand ein Stück von der zerbrochenen Statue und hält sie Jannik vor die Nase. Weiß außer dir noch jemand etwas davon? fragt er. Nein, 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 macht Janniks Kopf. Und das bedeutet, ich sage alles, was sie von mir hören wollen, wenn sie nur dieses schreckliche Messer nicht mehr an meinen Hals halten. So ist es gut, sagt Uwe, sagt Uwe, sehr gut. Na schön, vielleicht weiß es wirklich niemand, sagt Sven. Aber er weiß es und er hat unsere Gesichter gesehen. Ist dir klar, was das bedeutet? Was? Sagt Uwe. Du meinst doch nicht etwa? Doch, sagt Sven und nimmt Uwe das Messer weg. Fällt dir vielleicht was Besseres ein? Wenn wir ihn leben lassen, können wir auch gleich direkt zur Polizei gehen. Bitte, Sven! Das können wir nicht machen! Das ist Mord! Kapitel 12 Schnell fährt Max durch den Park. Er macht sich große Sorgen um Jannik. Auf dem Weg hat er noch zweimal bei ihm angerufen, aber er hat ihn wieder nicht erreicht. Was ist nur los mit ihm? denkt Max. Sonst geht er immer ans Handy. Naja, wenn er nicht gerade Musik hört. Aber jetzt hört er doch sicher keine Musik, oder? Max' Angst wird immer größer. Hoffentlich ist ihm nichts passiert, denkt er. Warum bin ich nicht mitgefahren? Warum haben wir … Plötzlich steht ein großer Mann vor ihm auf dem Weg. Max will bremsen, aber er schafft es nicht mehr. Er fährt in die Wiese und fällt mit dem Rad um. Der Mann läuft zu ihm. Ist was passiert? fragt er. Haben Sie sich verletzt? Der Mann schaltet eine Taschenlampe an. Max muss die Augen schließen. So hell ist das Licht. Nein, das glaube ich nicht, ruft der Mann. Herr Bernheimer! Max! Also das ist ja ein dicker Hund. Was machst du denn schon wieder hier draußen? Bitte, bitte! Sie müssen mir helfen, sagt Max. Jannik hat die Statue kaputt gemacht. Und da war Rauschgift drin. Und dann ist er nochmal zu dem alten Haus gefahren. Und da sind zwei Drogendealer. Und Jannik geht nicht mehr ans Handy. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Alois Bernheimer ist schon seit 24 Jahren bei der Polizei. Er hat viel Erfahrung mit Menschen. Und er hört, das hier ist kein Spaß. Keine dumme Jungen-Geschichte. Max hat wirklich große Angst. Deshalb fragt er jetzt sehr ruhig und freundlich. Drogendealer? Woher weißt du denn das? Jannik hat mir doch das Foto geschickt. Das Foto mit den beiden Männern drauf. Ein Foto? Welches Foto? Warten Sie! Ich habe es hier! Sagt Max und holt sein Handy aus der Tasche. Schnell öffnet er das Foto und zeigt es dem Polizisten. Herr Bernheimer nimmt das Handy und sieht das Foto an. Geht das auch größer? Max zoomt in das Bild. Jetzt kann man den Tisch, die Statuen und Uwe gut sehen. Den da kenne ich nicht, sagt Herr Bernheimer. Und wie sieht der andere aus? Max holt den anderen Mann ins Bild. Himmel noch mal! ruft der Polizist. Das ist ja Sven Demmler! Ja! sagt Max. Sven! So heißt er! Aber Alois Bernheimer hört ihm schon nicht mehr zu. Er nimmt sein Funkgerät und spricht hinein. P12 an Zentrale. Hier P12 an Zentrale. Hier Zentrale. Bitte sprechen Sie! ÜK 2 17. Vier Mann für Eichenweg 22. Ich warte auf der Straße. ÜK 2 17. Eichenweg 22. Verstanden! Herr Bernheimer steckt das Funkgerät wieder in die Tasche. Was heißt ÜK 2 17? fragt Max. Das heißt, dass es jetzt gleich sehr gefährlich wird. Kapitel 13 Janik sitzt noch immer gefesselt auf dem Stuhl und macht vor Angst die Augen weit auf. Uwe ist jetzt ganz nah vor ihm. Hinter Uwe steht Sven mit dem Messer in der Hand. Geh zur Seite, Mann! sagt Sven und sein Gesicht sieht sehr böse aus. Mach es nicht, Sven! Lass ihn! Was kann uns denn schon passieren? Wir gehen einfach für ein paar Monate ins Ausland. Zur Seite! sag ich! Bitte nicht! sagt Uwe. Tu ihm bitte nichts! Ist das dein letztes Wort, Uwe? Willst du mich auch töten? Nein! Das tust du nicht! Das tust du nicht! Da geht Svens Arm einmal ganz schnell nach vorn und sofort wieder zurück. Jetzt macht auch Uwe große Augen. Er legt seine Hände auf den Bauch. Blut läuft über seinen Pullover und seine Hose. Er sagt kein Wort. Ein paar Sekunden lang steht er da. Dann fällt er langsam um. Auf den Tisch. Mitten in das weiße Pulver. Ein paar von den Plastikstatuen fallen hinunter. Dann ist es wieder ruhig. Sven steht da und sieht sein Messer an. Dann macht es PANG! Das Messer fliegt durch die Luft und Svens Hand ist plötzlich ganz rot. Sven steht immer noch und sieht jetzt seine Hand an. Draußen im Garten gehen helle Lichter an. Die Haustür fliegt auf und zwei Polizeibeamte mit Pistolen kommen herein. Der eine hält Sven fest, der andere macht das Klebeband von Yannicks Mund ab. Hinter ihnen kommt ein Arzt ins Zimmer und läuft sofort zu Uwe. Yannick ist jetzt ganz weiß im Gesicht. Ist er tot? ruft er. Er ist doch nicht tot! Nein, nein! sagt der Arzt. Er lebt! Kapitel 14 Eine Viertelstunde später sitzt Yannick zwischen Max und Herrn Bernheimer auf der Treppe und trinkt eine Cola. Es geht ihm jetzt wieder besser. Seine Angst ist vorbei und sein Handy hat er auch wieder. Max hat es unter der Treppe gefunden. Was du heute gemacht hast, Yannick! Nein, was ihr beide heute gemacht habt, das war ziemlich dumm, sagt Alois Bernheimer. Aber ich denke, das wisst ihr selbst. Die Jungs sehen sich an. Nächstes Mal redet ihr sofort mit der Polizei, ja? Haben wir doch, sagt Max. Aber der Beamte hat uns nur ausgelacht, stimmt's, Yannick? Ja, genau! Haha! Hihihi! Hoho! hat er gemacht, der Beamte! Na, das muss dann ja ein ziemlich dummer Beamter gewesen sein, sagt Herr Bernheimer. Und dieser dumme Beamte sagt euch jetzt, dass ihr 4000 Euro Belohnung bekommt. Wir suchen Sven Demmler, nämlich schon seit Monaten. Und ihr habt ihn gefunden. Und was ist mit unseren Eltern? fragt Max. Da kann ich euch leider nicht helfen, sagt der Polizist. Heute Abend können sie eure Geschichte in jeder Zeitung lesen. Scheiße! sagt Yannick. Max' Handy klingelt. Noch eine SMS von seiner Mutter. Wir kommen in einer halben Stunde. Bei euch alles klar? Ja, Mama, schreibt Max zurück. Na, dann fahre ich euch jetzt wohl besser mal nach Hause, sagt Herr Bernheimer. wieder whine! Dann fahre ich euch jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ja noch mal. Vielen Dank.